Ich habe überlegt, dass ich mir eine Mühle gleich schon kriege. Ja, aber die Mühle weißt du, dass sie mir sozial sind. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil ich noch vertreten habe. Aber kannst du damit leben, wenn die verursacht ist? Kannst du das nicht? Warum hast du dich noch nicht gefragt, bevor du da einst. Ich habe jetzt alles gemacht. Aber wir haben ja noch mal eine Mühle. Und dann können die, das ist ja auch okay. Das ist die Wichtung, das gibt Menschen in dem Moment der Gemeinschaft. Das musst du da halt wissen. Das ist halt eigentlich, wie soll ich dich fest sagen? Aber ich bin ja hier und ich... Aber warum wolltest du eine Mühle nicht bauen? Warum wolltest du das, was man so gewinnt hat? Wie man... Ja, um dann wieder kommen zu werden, dann bin ich bei uns. Warte, ja. Ich habe ein Grunde mal gesehen. Ja, erzählst mir einen. Ja, ich weiß nicht, dass ich gar nicht bin, aber ich glaube nicht, aber ich glaube nicht, aber ich bin immer noch nicht. Mit wem, was wollte ich sagen? Wie man? Wenn er das Finale gibt, bis zum Finale, bis zum Schluss. So, in der Einstellung, in die Pfanne hauen. Sie weiß ja, ja, okay, also ja doch. Wow. Ich glaube, es ist ein paar Dörren. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Auf Wiedersehen. Komm schon. 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 Konsole inklusive dem Bratz-Neuen-Kammer-Openspiel We Sing Deutsche Hälfte